Hallo, ich bin Reinhard Horn. Ich mache Musik für und mit Kindern. Und in diesen ganz besonderen Zeiten, in denen wir gerade sind, spüren wir, wie wichtig und wie wertvoll Familie für uns ist. Familie gibt uns den Raum, wo wir uns sicher und geborgen aufgehoben fühlen. Und deswegen habe ich einen Clip gedreht, der heißt ganz einfach Familie. Ich danke ganz herzlich Westlotto, dass sie uns ermöglichen, diesen Film euch zu präsentieren. Viel Spaß! Fantastisch, wenn da jemand mit offenen Armen wartet. An unserer Nasenspitze werden wir oft leicht erkannt. Mit Liebe und Vertrauen zaubern wir uns Regenbögen. Im Wind stehen wir beisammen, große Hand in kleiner Hand. Liegt mal ein Tag verknittert da, dann streicheln wir ihn glatt. Ich krieg auf Wunden Pflaster, hab ich Hunger, werd ich satt. Es ist Abenteuer, Traum und Riesenglück. Und ich bin davon und du bist davon und wir sind davon ein Stück. Fantastisch, wenn da jemand mit offenen Armen wartet. An unserer Nasenspitze werden wir oft leicht erkannt. Mit Liebe und Vertrauen zaubern wir uns Regenbögen. Im Wind stehen wir beisammen, große Hand in kleiner Hand. Liegt mal ein Tag verknittert da, dann streicheln wir ihn glatt. Ich krieg auf Wunden Pflaster, hab ich Hunger, werd ich satt. Es ist Abenteuertraum und Riesenglück. Und ich bin davon und du bist davon und wir sind davon ein Stück. Es ist Abenteuertraum und Riesenglück. Und ich bin davon und du bist davon und wir sind davon ein Stück. Ich bin davon und du bist davon. Vielen Dank.